Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1535. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin mit dem Einkaufen noch nicht fertig. Ich brauche noch eine neue Hose und eine Bluse dazu. Ich bin mit dem Einkaufen noch nicht fertig. Ich brauche noch eine neue Hose und eine Bluse dazu. Die Sonne scheint mir in die Augen. Die Sonne scheint mir in die Augen. Ein Mädchen verbirgt das Gesicht hinter einer alten VHS-Videokassette. An einem weißen Raumteiler hängt ein seidenes Nachthemd. Auch die Reinigung geht nicht von allein. Auch die Reinigung geht nicht von allein. Ich schätze, ich muss die Wohnung selbst putzen. Ich habe mich schon wieder verspätet und renne so schnell ich kann die Straße hinunter. Warum funktioniert es nicht? Ich kann das nicht verstehen. Warum funktioniert es nicht? Ich kann das nicht verstehen. Ich würde dich gern näher kennenlernen. Ich würde dich gern näher kennenlernen. Hast du Erdbeeren für unsere Torte gekauft? Hast du Erdbeeren für unsere Torte gekauft? Schau mal, ob der Ring passt. Schau mal, ob der Ring passt. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Damit du dir das Spiel noch einmal anschauen kannst, habe ich es aufgezeichnet. Als Tierärztin habe ich natürlich nicht nur mit Schweinen zu tun, sondern mit allen Tieren. Ich kann Martin nicht mehr vertrauen. Er hat Geheimnisse vor mir. Ich kann Martin nicht mehr vertrauen. Er hat Geheimnisse vor mir. Momentan stürmt alles auf mich ein. Ich muss mich konzentrieren und eins nach dem anderen abarbeiten. Ich muss mich konzentrieren und eins nach dem anderen abarbeiten. Wir unternehmen viel mit unseren Enkelkindern. Wir unternehmen viel mit unseren Enkelkindern. Die Eltern sind beruflich sehr eingespannt. Ich weiß, dass ich den Vertrag fristgerecht kündigen muss. Ich habe sogar eine Kündigung per Einschreiben geschickt. Ich weiß, dass ich den Vertrag fristgerecht kündigen muss. Ich habe sogar eine Kündigung per Einschreiben geschickt. Durch das Strecken werden unsere Faszien und Muskeln gedehnt und wieder besser durchblutet. Unser Kind interessiert sich nicht nur für Spielzeuge, sondern auch für technische Geräte. Ein Paar macht bei einer Autofahrt eine Pause und analysiert die Route auf einem Tablet. Ein Paar macht bei einer Autofahrt eine Pause und analysiert die Route auf einem Tablet. Jetzt sind alle Bücher in der Transportbox. Jetzt sind alle Bücher in der Transportbox. Ich verschließe die Box und stelle sie in den Flur zur Abholung. Auf dem rechten Rücksitz des Autos sitzt ein Teddybär. Er trägt einen rosa Rucksack und einen braunen Schal. Auf dem rechten Rücksitz des Autos sitzt ein Teddybär. Er trägt einen rosa Rucksack und einen braunen Schal. Auf dem rechten Rücksitz des Autos sitzt ein Teddybär. Er trägt einen rosa Rucksack und einen braunen Schal. Jetzt ist endgültig Schluss mit dem Rauchen. Ich höre damit auf. Jetzt ist endgültig Schluss mit dem Rauchen. Ich höre damit auf. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich höre damit auf. Ich höre damit auf. Ich höre damit auf. Ich höre damit auf.